Willkommen zur Rechtsprechung in 200 Sekunden. Auf dem Gelände des Getränkehändlers G entwendet der A zahlreiche Plastikpfandflaschen. Dabei handelt es sich um sogenannte Einheitsflaschen und er nimmt auch noch einen Kasten mit sogenannten Individualflaschen mit Pfandwert 20 Euro und er beabsichtigt das Pfandleergut bei dem G abzugeben, um Pfand dafür zu erhalten. Dabei geht A davon aus, dass diese Pfandflaschen insgesamt im Eigentum des G stehen. Bei der Frage der Strafbarkeit sind wir bei § 242. Um bewegliche Sachen handelt es sich. Fremd sind diese Sachen dann, wenn sie im Eigentum eines anderen stehen und das ist sowohl bei Einheitsflaschen als auch bei Individualflaschen zu bejahen, sodass auch diese Voraussetzung erfüllt ist. Er hat auch weggenommen, nämlich neuen Gewahrsam begründet und den fremden Gewahrsam auch gebrochen, nämlich der G war ja nicht einverstanden mit der Aufhebung der tatsächlichen Sacherschaft. Die eigentlichen Probleme liegen beim subjektiven Tatbestand. Vorsatz mit Blick auf die fremde bewegliche Sache und Wegnahme hatte er. Bei der Zueignungsabsicht haben wir zwei Komponenten, nämlich die Aneignungsabsicht und den Enteignungsvorsatz. Zunächst einmal könnten wir uns fragen, ob er sich nicht den Sachwert, also das Pfand, angeeignet hat. Aber da sagt die herrschende Meinung, es muss dieser Sachwert in der Sache verkörpert sein, wie zum Beispiel bei einem Sparbuch. Das sei aber nicht der Fall bei Pfand, weil da handelt es sich lediglich um einen Anreiz zur Rückgabe, aber der Sachwert ist nicht verkörpert. Und jetzt müssen wir schauen, was hat er sich denn sonst angeeignet? Ja, die Sachsubstanz, aber da müssen wir differenzieren, nämlich zwischen den Einheitsflaschen und den Individualflaschen. Bei Einheitsflaschen ist es so, die sind so beliebig, dass sie gewissermaßen jedem gehören können. Man kann sie nicht zurückführen auf einen bestimmten Abfüller oder Hersteller, sodass man sagt, das Eigentum geht an Flasche und Inhalt immer auf den letzten Erwerber über. Und man täuscht im Moment der Rückgabe eine Berechtigung vor. Man verhält sich also wie ein Eigentümer, man hat also Aneignungsabsicht. Anders allerdings bei den sogenannten Individualflaschen. Die sind so individuell, dass man sie auf einen bestimmten Hersteller oder Abfüller zurückführen kann. Da bleibt nach herrschender Ansicht das Eigentum immer bei diesem Hersteller und Abfüller. Und man maßt sich bei diesen Individualflaschen jedenfalls nicht das Eigentum an der Flasche an. Eigentümer am Inhalt wird man selbstverständlich. Also Aneignungsabsicht nach herrschender Meinung ist zu verneinen mit Blick auf Individualflaschen. Beim Enteignungsvorsatz kann man sich fragen, naja, er gibt ja dann auch diese Einheitsflaschen zurück. Er will ja den Eigentümer gar nicht dauerhaft aus seiner Position verdrängen. Aber da sagt der Bundesgerichtshof und die herrschende Meinung doch. Er leugnet hier das Eigentum auch bei diesen Einheitsflaschen. Und das Eigentum leugnet er nur nicht bei den Individualflaschen, sodass auch mit Blick auf Einheitsflaschen der Enteignungsvorsatz zu bejahen ist. Und also insgesamt die Zueignungsabsicht, die restlichen Voraussetzungen liegen vor. Und es müsste noch ein Strafantrag nach 248a StGB gestellt werden. Erweisch. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.